Epilog Dracos Sicht In meinem ganzen Leben war ich noch nie so nervös gewesen. Nicht an meinem ersten Schultag oder bei meiner Aufnahme bei den Todessern, ja nicht einmal bei meinem späteren Gerichtstermin. Nein, das hier war aufregender als irgendetwas, das ich bisher je erlebt hatte. Ich hätte niemals gedacht, dass es jemals so weit kommen würde. In meinen kühnsten Träumen hätte ich damit nicht gerechnet. Und wenn mir früher jemand erzählt hätte, dass ich heute hier stehen würde, hätte ich ihm direkt ins Gesicht gelacht. Und wahrscheinlich, so wie ich früher drauf war, auch noch eine in die Fresse geschlagen. Aber ich würde diesen Tag heute für nichts auf der Welt verpassen wollen. Meine Hochzeit mit der Frau, die ich liebe. Hermine Granger Inzwischen sind fünf Jahre vergangen, seit wir offiziell zusammen sind. Und auch wenn damals der Anfang unserer Beziehung nicht gerade leicht war, würde ich nichts ändern wollen. Wir hatten gegen viele Vorurteile und Gerüchte kämpfen müssen. Uns wurde viel unterstellt. Mir natürlich ganz besonders. Es wurde mehr als einmal behauptet, dass ich Hermine mithilfe eines Liebestranks unter meiner Kontrolle hätte. Auch ein Imperius wurde versucht, mir anzudichten. Doch Hermine war stets an meiner Seite und tat alles, um mich zu verteidigen. Sie kämpfte für mich. Für uns. Mehrmals hatte ich das Gefühl, ich sollte sie gehen lassen, dass es für sie so besser wäre. Doch dies ließ Hermine nie zu. Irgendwann half mir sogar das Wiesel. Potter war eigentlich kein Problem. Er hatte wohl ein langes Gespräch mit Hermine und auch seine rothaarige Freundin, die mittlerweile seine Frau ist, hat ihn von mir und meinen Absichten überzeugt. Und natürlich muss auch Blaze erwähnt werden. Ihm und Ginny ist es schließlich zu verdanken, dass wir uns heute das Eheversprechen geben können. Ohne diese Menschen würde es kein Hermine und Draco geben. Kein uns. Dadurch sind wir mittlerweile natürlich alle gut befreundet. Naja, zumindest mit dem einen oder anderen bin ich gut befreundet. Das Wiesel und ich werden uns wohl nie ganz ausstehen können, aber immerhin ertragen wir uns. Wobei ich das auch nur für Hermine mache. Nun sind wir jedenfalls hier. Ich bin vor wenigen Minuten auf meinem Platz gegangen. Blaze hat sich neben mich positioniert und aufgeregtes Geflüster füllte den Raum. Sanfte Musikklänge setzten ein und Hallen von den hohen Decken der Kirche wieder. Ich wusste, nun würde es gleich beginnen. Mein neues Leben. Mein Blick, der eben noch nervös durch den Raum schweifte, über die Bänke huschte und die ganzen Gesichter scannte, flog jetzt zur Tür, als ich dort eine Bewegung wahrnahm. Da war sie. Sie war wunderschön. Mein Atem stockte einen Moment, wovor es schneller als jemals zuvor weiterging. Meine geöffneten Lippen konnte ich verstaunen nicht mal mehr schließen. Ich beobachtete jede ihrer Bewegungen, als Hermine an der Seite ihres Vaters auf mich zuschritt. Das weiße Kleid saß ihr wie angegossen und ließ sie wie eine Prinzessin aussehen. Für mich war sie das auch. Braune Locken umspielten ihr wunderschönes Gesicht. Ihre Lippen waren genau wie meine zu einem verliebten Lächeln verzogen. Ihre Augen verhakten sich in meinen und ließen sie nicht mehr aus ihrem Bann. Manchmal wünschte ich mir nichts sehnlicher, als immer in ihre Augen schauen zu können. Wenn ich sie sah, war ich zufrieden. Ich brauchte nichts anderes mehr, nur die Gewissheit, dass ich immer in diese Augen sehen konnte. Wie eine kleine Ewigkeit kam es mir vor, während sie auf mich zulief. Ich war nicht als einziger angespannt, denn ich sah, wie sie ihre zierlichen Finger in den Ärmel ihres Vaters grub. Als Hermine endlich bei mir vorne ankam, löste sie langsam ihre Verkrampfungen, ohne jedoch den Blick von mir zu lösen. Ich wollte es auch nicht tun, jedoch nahm Mr. Granger die Hand seiner Tochter und hielt mir die andere hin. Ich sah also zu ihm und sah den Stolz in seinen Augen, während diese noch auf Hermine lagen. Er wendete seinen Blick mir zu. Gegenseitig nickten wir uns zu. Wir wussten beide, dass ich ihm damit versprach, immer auf seine Tochter aufzupassen. Schließlich übergab er mir die Hand seiner Tochter, welche ich zärtlich in meinen Namen und ihr wieder meine volle Aufmerksamkeit schenkte. Hi, kam es nur als Hauch aus ihrem Mund, was mein Lächeln natürlich nur vergrößerte. Hi, antwortete ich trotzdem ebenso, was sie genauso zum Grinsen brachte. Doch schließlich mussten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Pfarrer, welcher die ganze Zeit neben uns stand, lenken, da dieser nun das Wort ergriff. Er hieß in seinem und in unserem Namen alle Hochzeitsgäste willkommen, als er schließlich mit der Trauung begann. Er sprach natürlich viel vom üblichen Prozedere an, doch auch viele schöne Geschichten, welche wir gemeinsam erlebt hatten. Als normaler Hochzeitsgast auf anderen Hochzeiten kam mir die Trauung immer ewig vor, doch nun hier als Bräutigam zu stehen, ließ die Zeit viel zu schnell vergehen. Und so waren wir schließlich an dem Punkt der Eheversprechung angelangt. Hermine, ich bitte sie nun, ihre Eheversprechen aufzusagen, bat der Pfarrer meine Braut, womit sie auch direkt begann. Draco, begann sie, ehe sie noch einmal Luft holte. Als wir zusammenfanden, wurden uns schwere Steine in den Weg gelegt und auch wenn diese wieder entfernt wurden, war es für mich die schlimmste Zeit meines ganzen Lebens. Damals hatte ich es selbst fast nicht glauben können, wie sehr ich dich liebe, doch ich tue es. Und ich will niemals wieder dieses Gefühl spüren, die deinen Verlust bei mir auslösen. Und auch wenn wir es niemals wieder so weit kommen lassen werden, werde ich dich so sehr lieben, als wüsste ich, dass ich dich verlieren werde. Ich werde dich in meinen Armen halten, als wüsste ich, dass wir uns einmal auf Wiedersehen sagen werden. Ich werde dich nie für selbstverständlich halten, weil wir nie wissen, wann unsere Zeit abläuft. In einem Augenblick, so schnell wie ein Bölkchen Rauch verfliegt, könnte man alles verlieren. Die Wahrheit ist doch, man kann es nie wissen. Und deshalb, Draco, werde ich dich länger küssen und jede Chance nutzen, die ich bekomme. Und ich werde das Beste aus den Minuten machen und ohne Reue lieben. Mittlerweile hatte sie einige Tränen in den Augen und auch ich musste hart an mir arbeiten, dass meine Augen nicht auch feucht wurden. Ich liebe dich, Draco Malfoy. Und das wird sich nicht mehr ändern. Du hast mich jetzt an der Backe, ob es dir gefällt oder nicht. Fand sie schließlich ihr lebhaftes Lachen wieder und schloss ihr wunderschönes und emotionales Eheversprechen. Ich war wirklich überwältigt von ihren Worten und verlor meine fast selbst. Und wie es mir gefällt, dass ich dich an der Backe habe, lächelte ich der schönsten Frau auf der Welt zu. Ein letztes Mal räusperte ich mich, um nun auch meine Worte loszuwerden. Ich hatte mir viele Worte zurechtgelegt. Doch nach diesen Worten von ihr warf ich alle über Bord und ließ mein Herz sprechen. Weißt du noch damals, bevor wir zusammengekommen sind? Wir waren im Raum der Wünsche und haben viel geredet. Sie schenkte mir ein leichtes Nicken, als sie sich offenbar wirklich an damals erinnerte. Ich habe dich im Arm gehalten und gesagt, dass ich es mag, wie du meinen Namen sagst. Ich schwelgte in Erinnerungen und ließ mich kurz ablenken. Das mag ich immer noch genauso sehr. Aber als du gesagt hast, dass ich dich Hermine statt Granger nennen kann, habe ich abgelehnt. Weißt du noch, was ich damals genau gesagt habe? Wollte ich von ihr wissen und ihr Lächeln wurde breiter, als sie mir antwortete. Du sagtest, ich bleibe lieber bei Granger, zumindest noch eine gewisse Zeit lang. Und ich fragte dich, wie lange denn genau noch? Aber du wolltest es mir nicht verraten. Stimmt, entschlüpfte es mir lachend. Eigentlich wusste ich damals schon genau, wie lange ich dich noch Granger nennen wollte. Ich hatte vor, dich so lange Granger zu nennen, bis du eine Malfoy bist. Mittlerweile war bei uns beiden das Dauergrinsen nicht mehr wegzubekommen. Von den Gästen bekamen wir nicht mehr viel mit, außer ein gelegentliches Schnäuzern und Ahrgeräusche. Und heute ist endlich dieser Tag. Hermine Granger, ich liebe dich und will mein ganzes Leben nur noch mit dir verbringen. Nichts auf der Welt wird mich von dir fernhalten können, das verspreche ich dir. Und jetzt will ich dich endlich zu einer Malfoy machen, damit ich dich endlich nicht mehr Granger nenne, sondern meine Hermine nennen kann. Meine letzten Sätze sagte ich mit einem so großen und überglücklichen Lächeln, dass meine Wangen bereits schmerzten. Auch mein Mädchen und die Gäste stiegen mit in meinen Lachen ein. Hermine, welche immer noch meine Hände hielt, ließ mich mit sanften Druck wissen, wie glücklich auch sie in diesem Moment war. Und nachdem schließlich der Pfarrer wieder das Wort ergriffen hatte, näherten wir uns dem von mir lang ersehnten Kuss, welchen ich schon so sehnsüchtig abwartete. Draco, willst du die hier anwesende Hermine Jean Granger lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten? Dann antworte mit, ja, ich will, und spreche den Verbindungszauber. Ja, ich will, sagte ich, worauf ich schließlich meinen Zauberstab hervorholte, einige kleine Bewegungen machte und wenige Worte murmelte. Meine Zauberstabspitze leuchtete kurz auf und auf meinem Handgelenk erschien innen ein kleines Unendlichkeitszeichen. Hermine, willst du den hier anwesenden Draco Lucius Malfoy lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten? Dann antworte mit, ja, ich will, und spreche den Verbindungszauber. Ja, ich will, sprach sie die Worte, welche mir ein Hochgefühl verschafften, ehe auch Hermine ihren Stab hervornahm und die Zauberformel sprach. Auch auf ihrem Handgelenk erschien nun das Zeichen. Wir nahmen uns bei den Händen und drehten diese mit der Handinnenfläche nach oben, sodass man die Zeichen sehen konnte. Der Pfarrer zog nun ebenfalls einen Zauberstab und legte diesen auf unsere verschlungenen Finger ab. Er schloss die Augen, konzentrierte sich und sprach eine Zauberformel. Unsere Blicke, welche eben noch uns beiden gegolten hatten, wanderten nun zu unseren Händen und sahen nun einen der wundervollsten Zauber der gesamten Zauberergemeinschaft. Bei uns beiden erschien nach und nach ein zweites Unendlichkeitszeichen, welches leicht versetzt zu dem anderen war. In den dadurch entstandenen Räumen links und rechts erschien jeweils ein Buchstabe. H und D. Hermine und Draco. Unsere Blicke huschten wieder zueinander und strahlten beide Glückseligkeit aus. Der Pfarrer nahm seinen Zauberstab von unseren Händen und sprach, Sie dürfen die Braut nun küssen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und zog Hermine zu mir. Mit meiner anderen Hand fing ich sie an der Hüfte ab, um sie nicht gegen mich schlagen zu lassen. Ein letztes Mal flackerte mein Blick zwischen ihren Lippen und ihren Augen hin und her. Ich liebe dich, flüsterte ich, ehe ich meine Lippen sanft auf ihre drückte. Sie erwiderte den Kuss, doch für einige wenige Sekunden löste sich nochmal von mir. Und ich liebe dich. Lächelnd legten wir unsere Lippen wieder aufeinander und genossen die Zweisamkeit, während der Applaus im Hintergrund lauter und lauter wurde. Endlich gehörte sie zu mir. Draco und Hermine Malfoy. Malfoy.